Hallo zusammen! In unserem heutigen Video lernen wir Vokabeln und Phrasen, die nützlich beim Telefonieren sind. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns einen Like und einen Kommentar da und folgt unserem Kanal. Fangen wir an! Ans Telefon gehen Vokabeln zum Telefonieren Das Telefon Das Telefon Das Handy Das Handy Die Telefonnummer Die Telefonnummer Anrufen Anrufen Telefonieren 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 Sprechen 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 Klingeln 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 Besetzt Besetzt Das Telefon Klingelt Das Telefon Klingelt Das Telefon klingelt Müller Guten Tag Müller Müller Guten Tag Hallo Müller Hallo Müller Hier ist Müller Hier ist Müller Müller Hallo, ich bin's, Max. Oder ich bin es. Anrufen Anrufen Guten Tag, mein Name ist Sarah Müller. Guten Tag, mein Name ist Sarah Müller. Hallo, hier ist Müller. Hallo, hier ist Müller. Spreche ich mit Herrn Müller? Spreche ich mit Herrn Müller? Hallo, Deutsche Post Marketing. Sarah Müller am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Firma Clausen. Mein Name ist Sarah Müller. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, hier ist Frau Beck am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Sie sprechen mit Sarah Müller. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mit Herrn Müller sprechen. Ich möchte mit Herrn Müller sprechen. Ich möchte gern Herrn oder Frau Müller sprechen. Ich möchte gern Herrn oder Frau Müller sprechen. Kann ich bitte mit Herrn oder Frau Müller sprechen? Kann ich bitte mit Herrn oder Frau Müller sprechen? Könnten Sie mich mit Herrn oder Frau Müller verbinden? Könnten Sie mich mit Herrn oder Frau Müller verbinden? Ist Herr oder Frau Müller da? Ist Herr oder Frau Müller zu sprechen? Ist Herr oder Frau Müller zu sprechen? Können Sie mich mit Herrn oder Frau Müller sprechen? Herrn oder Frau Müller bitte? Herrn oder Frau Müller bitte? Einen Augenblick bitte? Einen Augenblick bitte? Einen Moment bitte? Einen Moment bitte? Einen Moment bitte? Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Einen Moment Geduld. Einen Moment Geduld. Moment bitte. Ich verbinde sie. Einen Moment bitte. Ich hole sie. Einen Moment bitte. Ich hole sie. Jemanden holen. Es tut mir leid, aber er oder sie spricht gerade auf der anderen Leitung. Es tut mir leid, aber er oder sie spricht gerade auf der anderen Leitung. Tut mir leid. Herr Müller ist in einer Besprechung. Kann er sie zurückrufen? Tut mir leid. Herr Müller ist in einer Besprechung. Kann er sie zurückrufen? Herr Müller ist geschäftlich verreist. Herr Müller ist geschäftlich verreist. Er ist nicht erreichbar. Er ist nicht erreichbar. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Bitte rufen Sie später nochmal an. Bitte rufen Sie später nochmal an. Er oder sie telefoniert gerade. Er oder sie telefoniert gerade. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Es meldet sich niemand. Es meldet sich niemand. Es tut mir leid. Herr Müller ist im Augenblick nicht im Büro. Es tut mir leid. Herr Müller ist im Augenblick nicht im Büro. Er ist gerade in der Mittagspause. Er ist gerade in der Mittagspause. Er ist den Rest des Tages nicht mehr im Büro. Er ist den Rest des Tages nicht mehr im Büro. Kann ich etwas ausrichten? Kann ich etwas ausrichten? Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Kann ich etwas fragen? Kann ich etwas fragen? Ich möchte etwas fragen. Ich möchte etwas fragen. Er oder sie möchte mich bitte zurückrufen. Er oder sie möchte mich bitte zurückrufen. Sagen Sie ihm oder ihr bitte, dass ich angerufen habe. Oder sagen Sie ihm oder ihr bitte, dass ich morgen nicht kommen kann. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? wiederholen? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Können Sie das bitte buchstabieren? Verzeihung, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Verzeihung, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Vielen Dank für Ihre Hilfe! Vielen Dank für Ihre Hilfe! Danke! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Danke für Ihre Auskunft! Danke für Ihre Auskunft! Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Ansonsten und auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Einen schönen Tag!